Hello und willkommen zu diesem neuen Video, 6 weeks out von meinem ersten Wettkampf diese Saison. Ich habe mir jetzt gerade einmal Frühstück gemacht und zwar gibt es wie immer Porridge. Allerdings habe ich jetzt heute ein Rest Day, das heißt für mich, es gibt Low Carbs. Das ist die einzige Carb-Mahlzeit, die es jetzt für mich heute gibt. Wie immer, mein Porridge, mein geliebter Porridge, sind jetzt aber nur 35 Gramm. Ich habe jetzt ja an Rest Days nur noch 1200 Kalorien, was echt nicht mehr viel ist. Also nur noch knapp 60 Gramm Kohlenhydrate über den ganzen Tag verteilt. Deswegen sind das eigentlich so richtig die einzigen Carbs. Heute Abend gibt es dann nur noch mal so ein bisschen Tomaten, Zucchini, meine Gemüsepfanne. Und der Rest besteht dann eigentlich nur noch aus Eiweiß und Fetten. Was es da alles gibt, zeige ich euch heute dann aber noch mal im Laufe des Tages. Jetzt gibt es für mich erstmal mein Porridge. Einfach, was ich eben schon meinte, 35 Gramm Haferflocken mit 30 Gramm Schokoway. Darüber dann 50 Gramm gefrorene Beeren, ganz viel Zimt und einmal noch mal 10 Gramm Mandelmus. Also richtig schöne Mahlzeit dazu. Wie könnte das auch anders sein? Ihr kennt es mittlerweile von mir. Einmal meinen Kaffee. Erster Schluck jetzt auch am Morgen gewesen. Geil. Ich liebe es einfach. Also auch wenn es so eine kleine Mahlzeit ist, ich freue mich gleich so krass drauf, die zu essen. Ich war jetzt auch heute früh schon mal auf dem Laufband gewesen, habe Steps gesammelt. Also schon ungefähr 12.000. Ich muss jetzt heute über den Tag noch 4.000 Steps sammeln. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist gut, dass ich das Mal schon direkt erledigt hatte. Ansonsten habe ich dann wie immer sonntags den Formcheck gemacht. War damit auch echt zufrieden. Also Gewicht war heute früh bei 51,9. Ich hatte gestern aber schon mal einen Lauf von 51,7. Also einfach innerhalb von zwei Tagen davor ist das Gewicht jetzt auf ein Kilo gedroppt. Also mega. Dass jetzt mal ein richtig krasser Drop kam. Den habe ich auch gebraucht. Also ich meine, wir sind mit den Kalorien jetzt so runter. War das schon nötig, dass der Drop jetzt gekommen ist. Deswegen war ich auch mit dem Formcheck echt ganz zufrieden. Also ich finde gerade der Bauch merkt man mittlerweile schon echt. Die Apps kommen immer mehr raus und zählt einfach alles Lina, zieht sich mehr zusammen. Für 6 Weeks Out ist es denke ich echt ganz in Ordnung. Ja. Aber egal. Bevor jetzt mein Porridge zu kalt wird, lasse ich mir das einfach in Ruhe schmecken. Ihr glaubt nicht, weshalb ich mich jetzt über diese Carbs freue. Meal Prep für morgen ist einmal erledigt. Und ihr seht schon, es gibt wieder zweimal Porridge. Also ich freue mich gerade so krass schon morgen auf die Carbs. Das ist echt immer krass, wie groß die Vorfreude einfach ist. Also einmal wieder als Frühstück. Da kommt dann morgen früh noch Mandelnmus drüber. Das ist dann einmal mein Pre-Workout. Und als Mittagessen eigentlich das gleiche, was es letzte Woche auch schon gab, was ich erzählt habe. Die Änderung, keine Maiswaffeln mehr. Dafür gibt es dann einmal Tomaten und einmal nochmal das Eiklar. Habe ich wieder einfach in der Mikrowelle gemacht. Das funktioniert echt richtig gut. Bei mir war es echt ein produktiver Sonntag bis jetzt gewesen. Also ich habe ja dann mein Frühstück gegessen gehabt. Danach habe ich noch ein bisschen Video geschnitten, die letzten Steps gesammelt. Und dann habe ich einmal mein Meal Prep jetzt gerade schon für morgen gemacht. Das habe ich euch ja eben schon mal gezeigt gehabt. Und ich war eben einmal nochmal Cardio machen. Das heißt, halbe Stunde Fahrrad ist für heute auch schon erledigt. Das Wichtigste ist also echt schon geschafft für heute. Bin ich auf Ruhe, denn ich merke gerade, dass das Energielevel auf jeden Fall nachlässt. Ich denke, ich werde jetzt gleich nochmal ein Zenit trinken. Einfach, damit ich noch ein bisschen Koffeinkick habe für den restlichen Tag. Und es gibt nämlich jetzt auch noch eine Änderung. Mein Gewicht war ja zwar gedroppt, aber die Form muss noch ein bisschen mehr anziehen. Und deswegen haben wir jetzt eine kleine Änderung gemacht. Also jetzt nicht super viel, aber ich mache jetzt ab der nächsten Woche, also ab morgen, statt dreimal die Woche 30 Minuten Cardio. Fünfmal die Woche 30 Minuten Cardio. Also eine Stunde Cardio mehr die Woche. Das ist im Endeffekt gar nicht so viel. Also es ist nur so eine kleine Mini-Änderung. Einfach, damit man noch ein bisschen mehr Kalorien verbrennt. Mir bei den Kalorien generell, also bei der Menge, was ich esse, nicht runtergehen müssen. Denn das ist jetzt ja wirklich schon weniger. Also ich bin jetzt ja heute 1200 Kalorien und an Trainingstagen bei 1400. Das ist wirklich nicht mehr so viel. Und damit wir, wie gesagt, da nicht so viel ändern müssen, geht jetzt die Aktivität nochmal ein bisschen hoch. Step bleiben aber gleich. Da bin ich ja jeden Tag so um die 16. Meistens sei eher so 17.000. Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist es irgendwie immer so. Wenn ich weiß, ich muss 16.000 Schritte machen, dann stehen da nicht nur 16.000, sondern dann sind es eher so 16.000, 5.000, 17.000, damit ich auf jeden Fall auch genug habe. Aber, also ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie immer so. Und ich auf jeden Fall lieber so einen kleinen Ticken mehr mache wie zu wenig. Das gleiche beim Cardio. Wenn da irgendwie 30 Minuten steht, da mache ich mal mindestens eigentlich immer meine 31 Minuten. Weil ich mir denke, am Anfang der Körper braucht so ein bisschen, um reinzukommen. Am Ende, ja, deswegen lieber ein, zwei Minuten mehr Cardio. Das wird mich am Ende nicht umbringen für die Bühne. Deswegen mache ich lieber so einen Ticken mehr. Jetzt nicht extrem viel, aber so ein bisschen was. So, und jetzt gibt es aber erstmal meinen Nachmittagssnack. Leider ohne Carbs. Aber ich freue mich da schon drauf, denn es gibt jetzt eine Sache, die ich letztens hier ausprobiert hatte und die mir echt ganz gut geschmeckt hat. Deswegen machen wir das jetzt einmal und ich zeige euch das Endergebnis. Und zwar habe ich mir jetzt gerade einmal wieder Eikler gemacht. Also einfach nur schnell in der Mikrowelle. Das sieht jetzt einmal so aus. Also wie so ein typisches Eikler-Omelett. Ihr könnt das natürlich auch in der Pfanne machen. Und dadurch, dass ich das jetzt nicht mit Öl anbrate, finde ich das irgendwie in der Mikrowelle. Das ist viel praktischer. Deswegen mache ich das da jetzt einmal immer. Und da kommt jetzt einmal mein Lieblingsmandelmus drüber. Der von Rewe, mein Standardmandelmus. Ich liebe es einfach. Und da kommen jetzt 8 Gramm drauf. Und falls ihr das noch nicht wusstet, also wie ich immer meine ganzen Sachen abwiege, ich stelle einmal quasi auf die Waage drauf und nehme die Minusmethode. Das heißt quasi, ich tue es jetzt einmal auf 0 stellen und dann kann ich jetzt hier einmal 8 Gramm rausnehmen. Und dadurch weiß man immer, dass das genau 8 Gramm sind. Weil zum Beispiel hier am Löffel ist jetzt ja auch was dran. Und wenn wir das dann nicht mittracken würden, also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier auf der Waage hätte und dann das so abwiegen würde, dann wäre es ja mehr, weil auf dem Löffel auch noch was drauf ist. Da müsste man das dann wegschmeißen, da ich das nicht will. Machen wir das einmal so. Hier steht jetzt Minus 8 und so kann ich einmal den Löffel nämlich ablecken. Und wir haben genau die 8 Gramm, die wir brauchen. Also einfach nur das, was ihr abwiegen wollt, auf die Waage stellen. Und dann habt ihr es einmal so. Das sieht jetzt nämlich einmal dann so aus. Also nicht so krass spektakulär, einfach nur Eiklar mit Mandeln muss. Aber es schmeckt echt ganz gut. Also ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wirklich lecker. Man hat Eiweiß, man hat Fett und na gut, gefühlt in der Prep würde ich jetzt sowieso alles essen. Selbst wenn ich mich tagtäglich nur davon ernähren müsste, würde ich das auch immer essen. Ist eben eine Prep-Sache. Und ausnahmsweise machen wir jetzt mal wieder den Taste-Test zusammen. Also ich nehme mir als allererstes so ein bisschen was von dem Eiklar. Ist krass, wie lecker man so Standard-Dinge findet. Also ist natürlich jetzt nicht gebürt. Es ist einfach nur pures Eiklar. Wenn man hungrig isst, wisst ihr. Man merkt von meinem Kopf, ist nicht nur richtig am Arbeiten. Aber wenn man hungrig isst, dann schmecken so Sachen wirklich. Da nehme ich jetzt nochmal ein bisschen Mandeln muss mit drauf. Und so ist es umso leckerer. Das ist krass. Diese Kombi mit dem Mandeln muss. Es schmeckt dann wirklich einfach nochmal tausendmal besser. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber mit so einem Mandeln muss. Das schmeckt wirklich einfach richtig, richtig geil. Und das ist hier jetzt einmal fertig. Mein Nachmittags-Snack. Und danach geht es dann einfach schon in ein paar Stündchen zum Abendessen. Ich denke mal so in drei Stündchen gibt es an Abendessen. Abendessen ist einmal gemacht. Und das sind die restlichen Carbs, die ich für heute noch offen habe. Also einfach meine Gemüsepfanne mit Tomaten und Zucchini. Da drüber wieder einfach Gewürze. Und dann gibt es als Eiweißquelle einmal nochmal ganz normal Eiklar. Einen von diesen Quese-Sticks. Das sind jetzt 50 Gramm. Und dann nochmal zwei hart gekochte Eier. Also für abends noch wirklich eine ganz gute Portion. Und als letzte Mahlzeit gibt es jetzt einmal nochmal Magerquark mit Mandelmus. Und da drin ist einmal das Geschmackspulver von ESN in Cinnamon Cereal, was meine Mama mir mitgebracht hat. Und was ich hier so abgefüllt hatte. Das kommt jetzt nochmal für anderthalb Stündchen ins Gefrierfach. Und danach kann ich es schön essen als mein Mini-Eis. Und das war es dann auch schon mit den ganzen Meals für heute. Also wirklich nicht viel. Eigentlich nur vier Hauptmahlzeiten. Sind ja nicht mehr viele Kalorien. Und deswegen bringt es nichts, das noch auf so viele extra Mahlzeiten aufzuteilen. Deswegen nur vier Stück. Ich werde jetzt noch die restlichen Sachen für morgen für die Arbeit zusammenpacken. Und dann mich nur noch auf die Couch legen. Gemütlichen Abend machen. Arbeitswoche ist einmal geschafft. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich bin jetzt gerade auch schon aus dem Beintraining gekommen. Habe mir erst mal was Chilliges angezogen. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nie, mit Gymkleidung zu Hause zu sein. Ja, ich bin echt froh, dass die Woche geschafft ist. Einfach dadurch, dass ich morgen jetzt ausschlafen kann. Weil ich wirklich merke, dass mein Körper ansonsten mit der Regeneration nicht mehr hinterherkommen würde. Deswegen wird mir das echt wieder richtig gut tun, morgen übermorgen jetzt auszuschlafen. Wie immer mein Post-Workout-Torridge. Ja, Arbeitswoche war auf jeden Fall echt mega anstrengend gewesen. Ich hatte richtig viele Termine gehabt. Aber dadurch ging es auch auf jeden Fall richtig schnell um. Also Ablenkung merke ich echt jetzt gerade in der Prep. Das ist wirklich der Key. Ansonsten denkt man zu viel an Essen. Und wenn man gut abgelenkt ist durch die Arbeit, dann vergeht der Tag irgendwie viel schneller. Beintraining heute jetzt war auch mega gut gewesen. Also man merkt wirklich, dass jetzt dadurch, dass wir ein bisschen weniger Volumen haben, einfach ich mit der Regeneration ein bisschen besser hinterherkomme und auch im Beintraining wieder mehr Vollgas geben kann. Besser Posing wieder üben kann. Einfach, weil meinem Bein da nicht die ganze Zeit zu sind. Also klar, es fühlt sich durchgehend jetzt mittlerweile an, als hätte man so ein bisschen Muskelkater. Das ist logisch bei dem Pensum an Steps, Cardio, Training, was man generell macht. Aber es ist auf jeden Fall besser. Und das ist die Hauptsache. Also da merkt man mal am Ende der Diät, man kann eben nicht mehr das gleiche Pensum machen wie vorher. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man da ein bisschen runter geht. Denn es bringt nichts, wenn man den Körper viel zu sehr erschöpft. Also das war auf jeden Fall schon mal gut, dass wir das gemacht haben. Dann hole ich jetzt gerade einmal das Whey. Und zwar habe ich mega Lust heute. Wieder einmal das von der Jennifer Zinert von ZNT Nutrition in Strawberry Joghurt Bar. Das schmeckt einfach wie Joghurt, was ich schon meinte. Und das ist richtig geil als Posing einfach so ein bisschen was Süßes. Bei uns ist momentan jetzt das Wetter echt wieder voll verrückt. Also es ist zwischendurch jetzt gerade scheint die Sonne. Aber eigentlich die ganze Zeit, gestern und heute hat es durchgängig geregnet davor. Es ist mega kalt geworden. Also wenn ich morgens so um 6, halb, 7 aus dem Haus gehe, war es einfach nur noch 15 Grad. Und ich habe mir so einen Arsch abgefroren. Also da trägt die Diät natürlich echt noch dazu bei. Also ich bin jetzt momentan eigentlich generell immer am Frieren. Ich bin generell ja schon so ein Friesel. Aber jetzt durch den weniger Körperfett und alles, wenn es dann noch kälter wird. Und ich habe irgendwie nicht damit gerechnet gehabt, dass es so kalt ist. Und mich hat am Montag nicht der Schlag getroffen, als ich nur mit so einer dünnen Lederjacke raus bin. Und es dann einfach viel zu kalt war. Aber gut, jetzt habe ich daraus gelernt. Ich habe mir einfach eine dickere Jacke heute angezogen gehabt. Und so habe ich den Tag dann auch ganz gut überstanden. Aber das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass mir jetzt schon wieder viel kälter ist, auch hier zu Hause. Also eine ist gefühlt warm, aber mir ist kalt. Ja, gut. Ist halt eine Nebenerscheidung der Diät. So, jetzt nehmen wir einmal nochmal unseren Kreatin. Bin ja gerade aus dem Training gekommen. Deswegen muss das einmal auch immer gemacht werden. Kreatin habe ich jetzt hier einfach das von Evoda. Das schmeckt relativ neutral, ganz gut. Aber Kreatin gibt es von so vielen Marken, da könnt ihr einfach gucken, was für ein Kreatin ihr nehmen wollt. Da gibt es jetzt ja nicht so viele Geschmäcker. Und das ist eigentlich auch scheißegal, wonach das schmeckt. Das muss einfach nur runter. Ich nehme jetzt immer täglich 5 Gramm. Meistens immer nach dem Training. Sehr schön einfach ein bisschen mit Wasser runterspülen. Und eine Sache, die ich jetzt auch echt bemerkt habe im Bezug auf Diäten und alles. Ich bin echt vergesslicher geworden. Also, es fällt mir mittlerweile schwerer, mir Sachen zu merken. Und vor allem, das darf man ja eigentlich gar nicht erzählen. Aber ich habe ja jetzt die letzten 4 Tage immer Cardio gemacht. Ich gehe ja morgens immer eine halbe Stunde aufs Fahrrad. Und das habe ich jetzt von Montag bis Donnerstag gemacht gehabt. Und aus der Routine wollte ich mir gestern Abend dann schon den Wecker wieder früher stellen. Wegen dem Cardio. Aber dann ist mir erst so eine halbe Stunde später aufgefallen, nachdem ich schon den Wecker gestellt hatte für heute, dass ich ja gar kein Cardio heute habe. Weil ich mache ja nur Montag bis Donnerstags Cardio, Freitag, Samstag dann keins und dann Sonntags wieder, weil ich einfach quasi nur 5 Mal die Woche Cardio habe, mir dann den Freitag und den Samstag rausnehme, dass ich da nichts machen muss. Aber das war so jetzt schon der Routine drin, morgens Cardio zu machen, dass ich heute fast aus Versehen einfach fast eine Dreiviertelstunde früher aufgestanden wäre und so eine Dreiviertelstunde länger schlafen konnte, wo ich echt dankbar für war. Aber da merkt man mal, was Routinen eigentlich ausmachen, dass es voll gut ist, dass es eigentlich schon so jetzt bei mir drin ist, dass ich morgens Cardio mache. Aber trotzdem, also wenn ich nicht nochmal nachgedacht hätte, wäre ich umsonst früher aufgestanden, so voll dämlich. Da merkt man echt mal, dass die Carbs ein bisschen fehlen und man einfach vergesslicher wird. Aber gut, mir war es ja zum Glück noch aufgefallen. Jetzt mache ich mir erst mal mein Porridge. Kommt einmal schön mit Wasser jetzt wieder in die Mikrowelle. Immer noch größte Portionen. Die Carbs werden nach dem Training halt immer so krass gebraucht. Also das sind jetzt 50 Gramm Haferflocken einfach wieder mit Flohsamenschalen. Und ich hoffe, man versteht mich, obwohl das Porridge gerade in der Mikrowelle ist. Aber eine so krasse Sache ist einfach passiert, die ich euch noch gar nicht erzählt habe, weil die jetzt erst die Woche über war. Und zwar habe ich einfach die ersten Adern am Bauch bekommen. Ich glaube, ihr habt schon, wie sehr ich mich einfach darüber freue. Das ist irgendwie so krass für mich, weil ich weiß, in der ersten Wettkampfsaison hatte ich Adern am Bauch am Ende, als die Form immer besser wurde. In der letzten Wettkampfsaison, also im letzten Herbst, jetzt nicht so krass, einfach weil ich ja diese Sache mit meinem Fuß hatte und eine Entzündung eigentlich durchgehend im Körper und ich dadurch irgendwie nicht artrig wurde. Aber jetzt, Six Weeks Out, sind einfach die erste Ader da. Und zwar echt viele. Also es sind jetzt schon mehr wie bei der ersten Wettkampfsaison. Klar, man sieht die jetzt nur so ganz leicht, aber das war trotzdem so ein Highlight für mich die Woche, dass ich auch merke, dass dieses ganze Mercadio und einfach diese Anstrengungen im Alltag, dass mir alles schwerer fällt, sich lohnt. Weil ich einfach immer eine bessere Form kriege. Und ja, also Adern ist bei mir echt so ein Zeichen, dass die Form richtig gut wird, weil ich ja generell so ein bisschen eine dickere Haut habe. Und bis man da überhaupt Adern sieht, dauert es schon. Also Adern am Bauch sind da, am Unterarm kommen auch immer ein bisschen mehr, aber ja, Unterarm bin ich nicht so krass gesegnet wie andere Athleten mit Adern. Also das ist echt crazy, was manche da vor Adern haben. Ist bei mir jetzt nicht so, aber zumindest am Bauch kamen jetzt die ersten. Und ich finde auch generell, man sieht einfach bei mir, dass die Form jetzt immer besser wird. Der Endspurt naht, wirklich. Porridge ist einmal fertig aus der Mikrowelle und ich habe mir jetzt gerade schon mal über mein Whale Wasser dazugegeben. Das verrühre ich jetzt gerade noch und dann kommt es einmal über meinen Porridge drauf. Ich glaube, man hört schon wieder, weil sehr ich mich einfach darauf freue, das gleich zu essen. Was aber die Woche auch noch passiert ist, und zwar war das so cool, die Lia war einfach da. Das ist ja auch eine andere Bikiniathletin, mit der ich jetzt im Oktober auch auf der Evo Classic starten werde. Also die habt ihr, glaube ich, in einem YouTube-Video von mir noch nicht gesehen gehabt, aber ich war schon mal ein paar YouTube-Videos von ihr auch mit drin. Wir haben es letztes Jahr das erste Mal auf der Evo Classic gesehen gehabt und davor auch schon ein bisschen über Insta geschrieben. Und die war einfach hier. Das Video seht ihr dann aber als nächstes, also quasi nach dem Wochenvlog jetzt. Da könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Das ist nämlich ein richtig cooles Video geworden. Wir waren zusammen trainieren und haben auch so generell ein bisschen über die Preppen alles gequatscht. Das war einfach so ein schöner Tag. Also ich habe ganz normal gearbeitet gehabt, ein bisschen früher Feierabend aber gemacht gehabt. Und dann kamen sie einfach zu mir. Wir waren erst hier bei mir und danach noch im Gym. Das war so ein schöner Nachmittag. Da hat man auch noch mal gemerkt, wie gut es einfach tut, sich auch mit anderen Athleten auszutauschen. Also es war richtig schön gewesen. Allein dadurch ging die Woche schon ein bisschen schneller rum. Weil es so mitten in der Woche war, also am Mittwoch, hat man auch noch mal so einen kleinen Push bekommen. Das war einfach mega. So, erst mal. Wie immer meine geliebte Protein-Creme. Viel Spaß. Weil, also der Prepp schmeckt einem ja gefühlt eh alles, aber... Porridge lasse ich mir jetzt erst mal schmecken. Und dann kommt auch schon in einer halben Stunde jetzt gleich die Family. Wir haben es ja Freitag. Da kommt momentan jetzt ja immer die Family zu uns. Da freue ich mich auch schon drauf, gleich wieder alle einmal zu sehen. Post-Workout wurde gerade einmal sowas von inhaliert. Die Chaos habe ich gerade echt richtig glücklich gemacht. Jetzt mache ich mir nochmal schnell, bevor die Family kommt, einmal den Reis für heute Abend. Das war einfach der erste Reis, den ich seit letztem Samstag esse. Ja. Weil unter der Woche habe ich jetzt ja immer meistens dann nur die Haferflocken nach dem Training. Und an den Rest-Days gibt es ja sowieso kaum noch Carbs. Deswegen eigentlich nur Freitags. Und Samstag gibt es noch Reis bei mir. Deswegen freue ich mich da gerade so drauf, den schon mal zu machen für heute Abend. Es sind jetzt zwar nur 30 Gramm, aber 30 Gramm sind besser als nichts. Und so sieht es jetzt einmal aus. Also man sieht, es ist wirklich nur noch eine kleine Minimenge. Family war einmal da gewesen, war richtig schön gewesen, einfach mal wieder so ein bisschen zu quatschen. Und meine Mama hat mir einfach das Flaventasty & Cinnamon Cereal geschenkt gehabt. Hier nochmal so eine kleine Notiz drauf geschrieben. Und ich habe mich da so krass drüber gefreut, weil ihr hat es ja nicht so gut geschmeckt, weil sie einfach zu süß war. Aber ich jetzt gerade in der Prep, ich liebe es einfach. Ich habe das die letzten Abende ja immer komplett verwendet gehabt. Vor allem da sind einfach so richtig geile Zimtstückchen noch drin. Also halt diese Cereals. Auch wenn ich jetzt davon rieche, das riecht einfach richtig schön zimtig. Und ja, einfach richtig süß. Also es ist schon ein richtiger Zimtsüßer-Overload. Aber mir schlägt es jetzt erfolgt. Und deswegen habe ich mich da so drüber gebräut, dass ich mir das einfach geschenkt habe. Jetzt habe ich nämlich auch die richtige Box und muss es nicht mehr in diesen kleinen Babydingern haben. Richtig schön. Ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Abende weiterhin verwenden. Ich werde jetzt ansonsten eigentlich den Nachmittag nur noch nutzendes Video schneiden. Wir haben es jetzt kurz vor sechs. Also auch schon relativ spät. Jeder Tag geht immer herum wie nichts. Das ist so krass mit Arbeiten, Training und allem. Deswegen jetzt noch ein bisschen Video schneiden. Dann werde ich noch mein Abendessen essen. Das ist Standard wieder meine Gemüsepfanne mit Reis diesmal aber, wo ich mich ja schon echt drauf freue. Dann gibt es dazu noch Quese, ein hartgekochtes Ei. Und dann sehen wir uns einmal wieder, wenn wir dann zusammen die letzte Abendmahlzeit für heute machen. Denn da gibt es auch was richtig, richtig Geiles. Okay, ich muss euch das einfach jetzt schon zeigen. Wir hatten ja gestern wie immer unseren ganz normalen Wocheneinkauf beim Rewe gemacht. Und die hatten die letzten Male schon immer mal neue Nussmusse gehabt. Und die hatten jetzt einfach Nussmusse von der Koro-Druckerie da gehabt, als ich das gesehen habe. Ich habe mich so krass gefreut, weil ich kenne ja diese Standard-Mandelmusse von denen. Und auch das mit Zimt-Vanille, das hatte ich glaube ich immer so vor anderthalb Jahren ungefähr gekauft gehabt. Und das hat auch echt ganz gut geschmeckt. Ich habe da nicht mehr wirklich bestellt, weil ich ja sonst immer meinen Standard-Rewe-Mandelmusse essen, weil ich das einfach liebe und finde, dass das wirklich das Beste ist. Aber die hatten einfach so krasse Sorten da gehabt. Deswegen musste ich die jetzt einmal mitnehmen. Und zwar einmal so ein Erdnussmusse Salted Caramel. Wie geil klingt das bitte? Also einfach Salted Caramel, mega nice. Jetzt von den Nährwerten ist das an sich in Ordnung. Also wir haben relativ viel Fett mit 240 Gramm auf 100 Gramm, 587 Kalorien. Das Einzige ist natürlich wieder, wir haben 19 Gramm Zucker, weil Salted Caramel ist. Da muss man sich halt bewusst sein, dass da immer ein bisschen mehr Zucker mit drin ist. Und dann einmal nochmal 21 Gramm Eiweiß. Also jetzt nicht das gesündeste Nussmusse, aber auf jeden Fall klang das richtig gut. Und da freue ich mich schon drauf, das auszutesten. Da haben wir jetzt einmal 500 Gramm drin. Und dann einmal, wo ich mich aber noch viel, viel mehr drüber gefreut habe, hier dieses Bio-Pistazienmusse. Also ich habe schon so viel Gutes über Pistazienmusse gehört. Ich persönlich kenne ja das Pistazienmus noch gar nicht. Also ich wüsste nicht, wo ich das irgendwann mal probiert hätte. Aber jetzt habe ich es einfach und da freue ich mich so drauf, das auszutesten. Das hat allerdings jetzt auch mehr Kalorien. Also wir haben auf 100 Gramm jetzt einmal 628 Kalorien, auch 53 Gramm Fett, 5,7 Gramm Zucker. Also das ist wirklich in Ordnung. Und 23 Gramm Eiweiß. Also ein bisschen mehr Kalorien, aber ich freue mich da so krass drauf, die jetzt einfach zu testen. Ich bin echt mal gespannt. Also ich denke mal, wir probieren heute Abend mal das Pistazienmus aus. Einfach, weil ich das noch nicht kenne und so viele schon Gutes über Pistazienmus erzählt haben. Ich hoffe, man wird es auch so gut schmecken. Ich habe mir jetzt gerade einmal schon den Magerquark vorbereitet. Also einfach wieder so meine klassische Schüssel gemacht. Und da habe ich jetzt einmal von ESN das Flaventasty in Buttercookie reingetan. Ich dachte mir, die Sorte ist jetzt für das Pistazienmus am besten, weil die einfach am neutralsten schmeckt. Also ich hätte jetzt die Befürchtung, wenn ich da irgendwie was Schokoladiges reinmache, dass es mir vielleicht too much ist, wenn ich dann dieses Pistazienmus nicht mehr so krass rausschmecke. Deswegen wollte ich es heute jetzt einmal mit Buttercookie probieren. Ich denke mal, die nächsten Tage werde ich es dann aber auf jeden Fall nochmal mit Schokolade machen, weil ihr wisst es, ich liebe einfach mal ein Flaventasty oder generell mal ein Geschmackspulver mit Schokoladengeschmack. Das ist einfach tausendmal geiler. Aber für heute probieren wir das einmal so aus. Dann machen wir es jetzt einmal direkt auf. Okay. Also vom Geruch kann ich jetzt noch nicht viel ableiten. Das riecht einfach relativ neutral. Und zwar haben wir ja 25 Gramm jetzt immer abends im Magerquark. Deswegen machen wir da einmal 25 Gramm drüber. Okay, also ich merke schon, die Konsistenz ist so ein bisschen dickflüssiger. Das ist nicht wie so bei normalen Mandelmus, dass das so richtig flüssig ist, sondern das zieht sich einfach so ein bisschen mehr. Die Farbe ist halt schon cool mit so einem Grün. Das ist mal was komplett anderes. So, und dann haben wir einmal 25 Gramm. So sieht es jetzt aus. Also wirklich interessant. Naja gut, dann machen wir direkt einmal den Taste Test. Gucken mal, wie es jetzt so schmeckt. Und dann einmal nochmal, wenn es wieder im Gefrierfach war mit Magerquark. Mhm. Also im Endeffekt hätte man sich auch denken können, es schmeckt eigentlich nur wie Pistazien. Ein bisschen herber, jetzt überhaupt nicht süß. Also ich glaube sogar, dass das vielleicht mit einer Süße vom Flavpowder insgesamt dann besser schmeckt, weil das jetzt schon, ja es ist halt eine Pistazie. Was will man erwarten? Jetzt auf den ersten Eindruck, liebe ich einfach mein ganz normal, klassisches braunes Mandelmus. Ich bin mal gespannt, wenn ich es jetzt dann nochmal aus dem Gefrierfach geholt habe, ob es mir dann besser schmeckt. Aber so, es ist in Ordnung. Ob ich mir das jetzt nochmal holen würde, ich glaube, dafür muss ich es ehrlich gesagt einfach nochmal länger austesten. Also könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil im Vergleich, also wir haben jetzt hier 250 Gramm drin und das war sauteuer. Ich glaube, das hat 15 Euro oder so gekostet gehabt. Und mein normales Rewe, wenn man muss, das sind ja auch 250 Gramm drin, das kostet, meine ich, 6 Euro, also 5,99. Und das ist halt schon ein Unterschied. Ob man 15 Euro für sowas ausgibt, ist schon eine Hausnummer. Und ich finde, dann muss es einem auch richtig, richtig gut schmecken. Ich teste das jetzt nochmal aus. Also Konsistenz ist auf jeden Fall interessant, weil es einfach so ein bisschen dickflüssiger ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber das fließt halt jetzt auch überhaupt nicht so krass runter. Also ich weiß, wenn ich jetzt mein normales Mandelmus hätte, das wird viel extremer hier einmal runterfließen. Ich habe es jetzt gerade schon mal ein bisschen probiert gehabt. Also war, wie gesagt, vor anderthalb Stunden im Gefrierfach. Schmeckt jetzt so ein bisschen eismäßig. Und jetzt schmeckt es mir auch besser als so pur. Also in Verbindung mit dieser bisschen Süße von dem Geschmackspulver schmeckt es echt auf jeden Fall besser. Ob es jetzt mein Favorite wird, ich denke nicht. Dafür liebe ich einfach normales, braunes Standardwandeln muss einfach am meisten. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich denke für ab und zu, wenn man mal wirklich Lust auf so ein bisschen was Herberes und Besonderes hat, ist es nice. Aber ganz ehrlich, dafür, dass es so viel Geld kostet, überzeugt es mich nicht. Also es ist lecker, aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich finde, dass sich fast die dreifache Menge vom Preis dafür lohnt. Also wenn ihr auf Pesazien steht, ist es geil. Ich probiere es, denke ich, jetzt nochmal die nächsten Tage mit ein bisschen was noch süßerem aus. Also vielleicht nochmal mit einem Schokogeschmack oder auch mit Cinema Serial. Vielleicht wird es dann nochmal ein bisschen besser. Aber so lasse ich mir das jetzt erstmal für heute Abend schmecken. nochmal holen, weiß ich nicht ehrlich gesagt, ob ich mir das würde. Das war es jetzt mit dem Video Six Weeks Out von meinem ersten Wettkampf dieser Saison. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.